erstellt machen wie heißt das denn nochmal auf deutsch verdammte dicke hacke ist schon zu spät nicht proportionen ich denke mal proportionen darsteller proportionen die ach nein nicht was in deinen film also bist du doch gefahren oder es wäre aber ganz nice wenn du das tust sie war das mädel das wir getroffen hatten oder sie's your protege you could say that yeah that's a nice way to put it mrs mcafee i think you would be in everyone's best interest if you accompanied patrolman gonzalez back to the receiving hospital i'm going to be okay wachst du jetzt und wer weiß was du für verletzungen hast immer doch ja aber du fährst ja ins hospital leider kann ich die melodie von im apple serum nicht toten schrecklich leider hat sie jetzt direkt im kopf aber ich kann sie nicht das ist in 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 Untertitelung. BR 2018 Kommen Sie mit rein, Sie müssen keine Angst vor Krankenhäusern haben. Schönen guten Tag. Direkt am Eingang. Wer schreit denn da? Ähm, okay. Erinnerst du dich an irgendwas? Kannst du mir erzählst, was du über den Crash erinnerst? Es ist alles ein bisschen faszinierend. Ich erinnere mich hier aufgewachsen. Nichts hat gestern geschehen. Sicher. Ihr Hinterfall, alles. Bitte, ich will meinen Doktor. Ich bin nicht sicher, dass ich jetzt noch mehr Fragen beantworten kann. Also müssen wir ihr, sie suchen. Wir haben den Brief gelesen. Wenn das der Unfall nicht schon getan hat. Welchen Film? Ja, okay. Na komm, du weißt was. Du wolltest es so. Ich wollte gerade fragen, du hast nichts anderes getragen? Das versuche ich nicht. Wir haben nichts aus ihr rausgekriegt. Das lief ja. Mua, super. Mir fällt immer noch nicht ein, was Movie Props auf Deutsch heißt. Das ist die Geschichte dieser Stadt, Cole. Läden, die williglich zu schlauern. Wer der Hölle ist das? Das muss sein, unser Läden. Sie hat sicherlich ihre Erlösung. Ich mag es nicht, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. Gut, folgen wir. Natürlich fahren die. There she goes. Come on. Das wird interessant. Too close, Phelps. Way too close. Also auf dem Schild gerade. In welchem Jahrhundert spielen wir nochmal? Ah, wir waren zu nah. Verdammt. Ach ma, weil's so schön war. Und dann spielen wir irgendwann mal öfter, damit wir alle Fälle lösen, was? It's the tale of this town, Cole. Land that go willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. There she goes. Come on. Come on. I will. All right. Here! Now would be a bad time to forget how to drive, Cole. She seems to have made a remarkably speedy recovery. I don't know why. Baby? Du willst ihn tot sehen? Wilsons Hotel, Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in Apartment 803. Gut, zu wissen. Mich sieht keiner. Mich sieht keiner. Mich sieht keiner. Tschüss Madame. Wir müssen Bishop retten. Das kriegst du doch vorhin, um drinnen zu fahren, oder? Ja, step on it. Mach's. Das war's. 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 Wir kommen zu spät. Wünfei Waffen sind im Spiel. Ja, wir sind sowieso auf dem Weg. Wir haben es nicht mitbekommen. Ja, ja, wir sind auf dem Weg. Jetzt gib mal Code. Halt den Mund. Was heißt Code 2? Schönes Hotel. Schnell, schnell, wir müssen... Nein, klar, mach doch immer locker die Tür auf. Okay, vielen Dank. Elevator. Dagegen kam aber schnell. Ihr wisst alle, wie das früher behandelt wurde. Hysterie. Was? Links. Die letzte Tür. Links oder rechts, das weiß ich nicht mehr. Da, rechts. Guten Tag. Ich bin okay jetzt. Du hast sie nur vermisst. Horrible, awful Männer. Sind Sie verletzt, Frau? Frau Bishop. Gloria Bishop. Weil er nicht da ist. Komm in, Officers. Wir sollten ihn schnellstmöglich finden. Entschuldigung. Das ist perfekt normal, Ma'am. Schau mal an diese Mühe! Möchtest du was aufzuräumen? Möchtest du was aufzuräumen? Möchtest du einen Moment, um deine Gedanken zu holen? Ich... Ich will. Danke, Officer. Bitte schön. Ja. Ist das Buddhismus oder Hinduismus? Ich weiß es nicht mehr. Kann auch was ganz anderes sein. Aber... Interessant. Das Neue Testament. Auch schön. Dass es vor allem hier im Eingang direkt steht. Aber ich wollte eigentlich mir das angucken. Was macht der Sattel hier? Ein Dollarschein zerrissen? Oder gefalten? Gefalten. Hat sich erledigt. Aber was haben sie gesucht? Ja. Hübsch. Ich erinnere mich an einen Film, den ich nie gesehen habe. Ja. Ja. Guten Tag. Wieso haben sie das Holzbesteck? Wieso haben sie das Holzbesteck? Na, wo guckst du denn hin? Die Namen lassen wir jetzt mal einfach mal so stehen. Ob das Absicht ist oder nicht. In welcher Art Film spielt ihr Mann mit? Was sagten sie? Das ist eine hübsche Uhr. Eine sehr hübsche Uhr. Wenn sie einfach nur randaliert und das Klavier ist auch schön. Oh, die Jukebox ist auch gut. Komm, wir müssen mal reden. Die Männer. Ich denke, sie arbeiten für Guy McAfee. Kennst du den Namen? Nein. Warum sollte ich? June Ballard ist mit Guy McAfee geboren. Habt ihr von ihr gehört? Einer Scheiße. Sie hat mich seit Tagen badgeriert. Frau McAfee sagt, dass dein Mann sie und ihr Freund zu töten. Ich denke, du sollten uns erzählen, was du wissen. Mein Mann ist ein Filmproducer. Das hat etwas mit seinem neuen Bild. Er hat mich nicht in seinem Geschäft inkludiert. Ihr husband hat June Ballard in seinem neuen Film benutzt? Kein Problem. Mark fühlt sich, dass June Ballard limitiert hat und über die Helle ist. Das kann es noch nicht gewesen sein. Bla. Da steht Bla. Ja klar, wir müssen erstmal die zweite Törf machen. Wir müssen reden, Madame. Oder ist es hier doch? Nein. Hier ist es. Nein. Wie ging das denn noch? Ah, so. Die erste Zeit fehlen uns. Wir haben uns hier nämlich nicht angeguckt. Aber hier ist es nicht. Doch hier waren wir. Das haben wir angeguckt. Ich bin fast am ersticken. Nein! Nicht das Spiel schließen! Mann! Hier waren wir aber noch nicht. Fanny, was? Nichts signifikant. An die Seite ab. Da ist aber was. Was ist es? Was musst du tun, um 20.000 Dollar zu verdienen? Was musst du tun, um 20.000 Dollar zu verdienen? Nein! Oh, die haben den Spiegel zerschlagen. Wieso das? Das lohnt sich doch gar nicht. Das ist ja. Huh.